so nicht ganz aufgeflogen ok da kann man hoch na wo gehst du hin wo gehst du lang ok äh da war's ich muss hier hoch hallo ich muss hier hoch das ist dir schon klar oh fuck ja ich glaube ich hätte hier hoch also er rennt hoch mit hier wow ok aber wenigstens schön dass du mitgekommen bist effektiv ausgewichen hier ne ich glaube ich bin gerade falsch abgebogen wenn er denn hier oben steht ah versuche ich mal hier hoch zu kommen ne kriegst du aber nicht ach komm du schaffst das ich hab's ja auch mal ohne geschafft viele tote maschinen auf der insel wir haben viele erlegt als wir hier landeten ihre bauteile könnten wir jetzt nützen gut augenwächte noch ein phantom ach god ey ne ich hab echt keine lust zu kämpfen nicht gegen scheiß phantome ja cool äh aber kittenreaktion konnte man nicht machen ne wie waffen konnte man abschießen da vorne liegt da vorne in der waffe naja es ist einfach bloß ein wächter jetzt schrei nicht so rum was passiert ah kann ich hier nicht rufen ok ich wollte schon sagen ey wenn wir den jetzt rufen könnten na los komm was hundchen müssen ja wohl an dem vorbei aber wo lang da hoch wahrscheinlich greifen wir jetzt an oder was nee wie gesagt kein bock unbedingt auf kämpfen aber ich kann meine ich könnte nochmal ein bisschen verteilen wie sehen wir bogeneinsatz erholungstempo wenn man eigentlich waffen schaden lieber wäre schaden von unter 30 prozent gesundheit ja komm wird sowieso das glaube ich noch passieren wenn es für 35 ausgeschrieben ist und wieder bloß 32 sind das hätte ich nicht gekillt das risiko möchte ich ungern eingehen oh äh wo jetzt na da geht's rein nee da kommt man rauf du kommst hier nicht hoch da drüben ist doch was der Metallblume letztlich ein Glühstrumpf der sieht mich nicht jetzt geht's los nee brüch nicht tschüss schon müde schon müde ja tankenmodul aktivieren mit dem scheiß alles klar danke er hat auch nicht vorzukämpfen über den Sturmvogelkadaver kommen wir da rüber ich hasse Sturmvögel wird beruht glaube ich auf Gegenseitigkeit oh nein unser Geflügel wollte gerade sagen schöne Zeiten da unten ist das Phantom was hier rumläuft zwei sogar drei mhm egal weil drei Phantomen kannst du es vergessen dass ich hier greife nur die Frage wo müssen wir lang wir müssen nach da da oben sieht nach einem Ort aus wo wir uns hochgraveln können ne 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 oh die sind ja auch dumm wie was weiß ich nee nein ruhig Blut das wird schon wenn sie auch komisch an ey komm mir ja nicht zu nah ich lauf dir mal hinterher was ist denn gerade mit Ehren passiert jawohl Leute schießt ah hier den Fels hoch äh okay da kann man klettern das heißt wir müssen da auch hoch links können wir auch klettern hier in den safe im linken Weg auch in der Politik na wirst du doch wohl hochkommen ey Leute wir müssen um diese Ecke herumklettern ich versuche nicht zu jammern ich kann euren Weg sehen weiter gehen so schnell wir können alles okay geht schon ich hab da gerade schon ein Phantom gesehen und äh ja dann können wir hier nochmal bisschen Heilung ich kann das noch drehen auch nee ey erinnst wenn du Bock hast ne steht hier frei zu kämpfen ja geil lenk sie ab lenk sie ab das ist richtig gut äh na wie geht's denn so okay jetzt ist er gerade abgelenkt wie viele Phantome haben die sie nicht ja jetzt wir auf einen Schlag brauchen da steht er los erinnst bitte her porten da brennt Feuer Alva und Kotalo haben es geschafft jetzt ist Beta dran boh hohohohoho Ich will die, okay?